Yo, 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 Leute, neues Video am Start. Ich gucke mal die bessere Kameraeinstellung. Ja, so. Du siehst aus, als ob ich den Dunkeln drehe. Egal. Aufgebast. Thema heute, ich liebe Milch und ich kann auf Milch nicht verzichten, gibt es Alternativen. Für mein Müsli, für mein Kaffee oder, also bei dem Kaffee empfehle ich sowieso generell eigentlich eher Kaffee Sahne. Aber, das hat den Hintergrund, weil Kaffee Sahne oder Sahne allgemein mit Butter die beiden einzigen Milchprodukte sind, die den Körper nicht übersäuern. Normalerweise produziert der Körper extrem viel Säure, um Milchprodukte verstoffwechseln zu können. Und das führt zu Schlacken im Körper, dazu aber mehr in meinem Video Schlacken. So, ganz interessant ist folgendes. Ich bin der Einzige, der wie ein normaler Mensch fährt, obwohl ich während der Fahrt Videos drehe. Und alle anderen, die sich angeblich auf den Verkehr ursprünglich alleine konzentrieren, die hupen und drängeln und mein Gott. Naja, gut, ich fahre ja auch nur ein Smart, das ist ja wie ein Fahrrad, von daher wahrscheinlich weniger Probleme auf den Straßen. So, also, was habe ich gerade geholt? Sehr, sehr genial. Nummer 1. Schon wieder gehuckt. Reis. Vanillietrink. Sehr, sehr genial. Also hergestellt aus Reis. Das heißt 100% pflanzlich. Es ist natürlich laktosefrei. Es ist sojafrei. Es ist glutenfrei. Und es ist frei von Gentechnik. Also, wenn ihr sowas mögt wie Vanillepudding oder Vanillemilch. Gibt es das überhaupt? Vanillemilch? Also, wenn ihr so einen Vanillietrunk, Vanillietrunk nenne ich es jetzt einfach, mögt. Schön kalt aus dem Kühlschrank. Mega genial als Milchersatz. Dann gibt es, zack, Almond Vanilla. Almond Vanilla, wie der Name sagt. Almond ist die Mandel im Englischen und Vanilla muss ich ja nicht übersetzen. Sehr hochwertige Fettsäuren. Dann natürlich nur mit Vanilleextrakt versetzt. Also mit natürlichem Vanilleextrakt. Ist natürlich auch wieder Bio und ist rein pflanzlich. Klar, Mandeln. Und hat sehr hochwertige Fettsäuren. Wer also mehr so auf dieses milde Natursüße steht, greift hier zu. Und wer eher den nussigen Ton bevorzugt, greift hier zu. Und dann, wer Kakao liebt. Und wer Kakao liebt, so wie ich. Ha! Mega! Das ist die Kakao-Version aus Kokosnuss gewonnen. Das Interessante an der Kokosnuss ist, ursprünglich eigentlich kultiviert, so im Bereich des Äquators, bei Indonesien, Sumatra. Aber die Kokosnuss ist eigentlich gar keine Nuss. Sie ist eine Frucht, deren Wasser man super gut trinken kann. Vor allem, wenn sie grün ist, also wenn sie noch nicht voll ausgereift ist, und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ist in den USA ein totaler Hit zurzeit. Also, dort trinken das Filmstars enorm viel. Also man nennt sich Kokosnusswasser. Da ist jetzt natürlich noch ein bisschen Kakaopulver mit dabei, damit das richtig lecker nach Kakao schmeckt. Könnt ihr eiskalt oder warm genießen. Und der Hintergrund des Ganzen ist es, diese Kokosnuss-Geschichte wird in den USA, wie gesagt, von Filmstars getrunken, weil es das Hautbild verfeinert. Es wirkt stark antioxidativ. Es enthält sehr hohe Mengen an Middle-Chain-Triglycerides, also mittelkettige Triglyceride. Das sind MCTs, Fettsäuren. Ganz interessant, die man auch als Pan-Spray kennt, also als Fun-Spray. Und dieses Fun-Spray kann man nutzen, wenn man eigentlich mit Fett arbeiten möchte in seiner Ernährung, aber nicht dick werden möchte dabei. Das heißt also, dass viele dieser Fettsäuren wie in kleinen Tresoren eingeschlossen sind. Und ihr habt nur ganz wenige Schlüssel. Das heißt, die machen nicht dick. Deshalb gibt es in den USA das auch als Fun-Spray zu kaufen. Sprüht man die Pfanne mit ein und dann legt man da halt sein Gemüse oder Fleisch rein, was man halt auch immer bevorzugt. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, 50% der enthaltenen Fettsäuren sind diese sogenannten MCTs, also Middle-Chain-Triglycerides. Sportler in den USA trinken das Kokosnusswasser jetzt extrem häufig aufgrund der isotonischen Wirkungsweise. die isotonisch auch ganz einfach erklärt, es gibt einen osmotischen Druck in den Zellen. Also jede Zelle hat hier einen Druck, sonst würde sie ja komplett erschlappen, wie auch ein Luftballon einen Druck aufweist durch die enthaltene Luft, die da drin ist. Auch sonst ist der auch sonst relativ schlaff. Also jeder Druck der Zelle nennt man den osmotischen Druck und die osmotische Dichte an Mineralien in einer Flüssigkeit ist viel zu kompliziert erklärt. Wir machen es einfach. Also wenn ihr Kokosnusswasser trinkt, nehmen eure Zellen extrem schnell die Mineralien auf, die in dieser Flüssigkeit stecken, weil die Druckverhältnisse zwischen eurer Zelle und dieser Flüssigkeit relativ identisch sind. Das ist verständlich jetzt gewesen. Also ihr kennt ja diese isotonischen Drinks, da versucht man mit einem Mineralienhintergrund zu arbeiten, der ungefähr der Zelle entspricht und somit der Körper direkt nach der sportlichen Belastung diese Mineralien auch am schnellsten aufnehmen kann. Isotonische Getränke und der Kollege hier ist isotonisch. Das Interessante auch noch ist, um das mal ein bisschen jetzt auf den Punkt zu bringen, es ist sojafrei. Zu soja mache ich nochmal ein extra Video. Also soja gleich noch vorweg. Bam. Daumen nach unten. Bam. Warum erkläre ich da noch? Dann laktosefrei ist klar. Glutenfrei, auch Gluten. Daumen nach unten. Findet ihr in Weizenprodukten. Schädigen enorm euren Darm. Finger weg von Weizenprodukten. Dann haben wir Cholesterin frei. Braucht ihr nicht. Cholesterin bildet der Körper nämlich selber. Braucht er für jede Zelle. Für jede Zellmembran, um genauer zu sagen. Dann, was haben wir? Frei von unnatürlichen Aromastoffen. Ich muss es hier gerade übersetzen, das ist nämlich im Englischen. Dann Farbstoffen natürlich sind auch nicht drin. Dann die natürliche Schönheit der frischen Kokosnuss. Das habe ich jetzt bestimmt ein bisschen falsch übersetzt. Aber sie wollen damit sagen, dass es dadurch, dass es rein pflanzlich ist, dadurch, dass es natürlich ist, dadurch, dass es bio-organic ist und raw, habt ihr damit ein Produkt, was definitiv optimal ist, wenn ihr sagt, okay, ich kann auf Kakao nicht verzichten. Ich möchte auf Kakao nicht verzichten und ihr müsst auf Kakao nicht verzichten. Also, ich glaube, ich habe irgendwie fünf Kommentare gekriegt, da wurde immer wieder drauf angespült, wo kriegst du denn deine Reismilch her? Also es gibt natürlich auch alles, sowohl Mandel als auch Reis als auch Kokosnuss gibt es alles ohne Geschmack. Geschmack. Also wenn ihr Kakaopulver reinmacht, dann schmeckt das halt auch nicht nach Kakao. Da hat es so einen Hauch von Bounty, aber bei Weite nicht so süß und auch nicht so, als ob ihr Bounty Wasser tränkt, wenn ihr so wollt. Ich sehe gerade, ich bin total braun, aber das ist, weil ich auf der Terrasse gelegen habe. Nicht das...